Ich begrüße dich zu dieser kurzen meditativen Übung zum Vollmond und bedanke mich, dass du bereit bist mit deiner Schöpferkraft diese Erde umzugestalten, dass du hilfst mit deinem Bewusstsein eine neue Welt der Liebe zu kreieren. Ich bitte dich nun, begib dich in eine entspannte Position, mach es dir bequem. Schließe deine Augen und konzentriere dich nur auf deine Atmung. Nimm einen tiefen Atemzug und noch einmal tief einatmen und aus. Und ein letztes Mal tief Luft holen und ausatmen. Atme nun ruhig und in deinem Rhythmus weiter. Du entspannst immer mehr und fühlst dich wohl. Begib dich nun gedanklich zu einem Strand, an dem du nicht alleine bist. Du siehst ganz viele Menschen, die sich dort versammeln, um gemeinsam mit dem Vollmond Teil zu sein zum Gestalten der neuen Erde. Fühle die Verbundenheit untereinander und sieh hoch, schau in den Vollmond, der riesig über euch thront und euch in sein Licht hüllt. Schau nun auf deine Hände und kreiere dir einen Lichtball. Siehe, wie dieser in deinen beiden Händen entsteht. Der Vollmond schenkt dir seine Energie und schickt sie in deine strahlende Kugel. Und du bist nun aufgefordert mit all deiner Herzenskraft und mit deinem festen Glauben an deine Macht, deine schöpferische Macht. Schicke deine Wünsche, deine Vorstellungen für diese neue Erde in deine Lichtkugel. Versuche dir ein Bild zu machen von der Erde, wie du sie gerne hättest. Gib alle deine Emotionen mit rein. Und wenn du persönliche Wünsche hast, so kannst du auch diese in deine Kugel schicken. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schau dir nun deine Kugel an und sehe, wie sie noch gewachsen ist, wie sie noch größer geworden ist, noch strahlender. Wenn du das Gefühl hast, alles geschickt zu haben, was dir wichtig ist, dann halte die Kugel nun jetzt von dir, strecke deine Arme aus und gemeinsam mit allen anderen zählst du nun bis drei. Eins, zwei, drei. Schicke deine Kugel ins Multiversum, siehe wie sie hochgleitet, siehe wie der Vollmond sie anzieht und wie sie hochschwebt, höher und höher. Spüre diese unglaubliche Kraft des Universums um dich herum. Fühle die positive Energie in euch, um euch herum. Du spürst die Verbindung zu allem, was ist. Und nun wirst du eingehüllt in bedingungslose Liebe. Du weißt, deine Wünsche werden sich nun gestalten und ihren Weg in die Materie finden. Bedanke dich, bedanke dich, bedanke dich beim Schöpfer allen Seins, bedanke dich bei dir selbst für deine Mithilfe und bedanke dich bei allen, die mitmachen. Sag dreimal Danke, 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 Danke. Die Kraft der drei, das alles sehr unterstützen. Und ich bedanke mich auch noch einmal bei dir, dass du mitgemacht hast. Fühl dich umarmt.